I can't feel my body. I feel some rain. This is so bad. Hola! Konnichiwa! Saludos! Mushi Mushi! Und Hallo! Und ganz viele andere Sprachen, die ich nicht beherrsche. Das Mushi gesagt. Und das im Live-Fernsehen. Das muss... Ohne Scheiß! Dieses Video wird erst mal YouTube-Rose konzentriert. Es ist ab 18. Das ist eine Fallgabe. Der Vollmond ist mal wieder aufgegangen. Der volle Mond. Das schimmert immer so schön. We are talking Full-Moon-Business again. Nach dem wunderbar simplen Evil Toons. Der hat was gemacht. Geht es jetzt ein bisschen weiter. Ich habe noch ein bisschen was an Full-Moon hier. Da werden die nächste Zeit noch mehr Full-Moon-Sachen kommen. Das ist wirklich eine Qualitätswerkstatt. Also Full-Moon ist wirklich Qualität per excellence. Es muss Qualität sein. Warum gibt es ansonsten 10 Teile von Puppet Master? Ich meine, weil es so aufwendig und so schön orangiert ist? So, ein Film, den ich damals als Trailer gesehen hatte. Und nagelt mir nicht drauf fest, wo auf irgendeiner VHS. Gute alte Zeit. Lange gesucht. Inzwischen für 3 Euro auf der Börse geschossen. Das sind Shrunken-Heads. Oder auch Schrumpfköpfe. Ja. Worum geht das? Shrunken-Heads. Also man kennt ja aus diesem Voodoo-Kult diese zusammengeschrumpften Köpfe. Die irgendwie... Hallo. Die sind auch da. Publikum haben wir auch. Applaus bitte. Schrumpfköpfe? Ja. Schrumpfköpfe. Also so ein Voodoo-Kult. Voodoo-Kult. Haiti. Haiti. Und wir befinden uns in den Südstaaten, wo wir das auch traditionell auch eher fandet. Du meinst New Orleans? No. No. Nein. Louisiana. Nein. Das war Geisterstadt der Zombies. Louisiana. Du kriegst ja viel miteinander. Stimmt. Wir befinden uns in irgendeinem dreckigen Slum. Irgendwo in den Südstaaten. Vermutlich. Vermutlich. Da wo es am günstigsten zu drehen war. Es sind drei Freunde. Zwei davon kennen sich schon länger. Aber den dritten treffen sie, weil als da vorne Bullis rangsaliert wird. Die ordentliche Bulli-Gang, die in den Slums rumläuft und schwächere mobbt. Ah. Ok. Ok. Da sind wir. Ja. Schwanken-Heads. Full Moon. Nicht Full Chi. Nicht Full Chi Moon. Full Moon. Ah. Das wäre doch mal ein Crossover, Alter. Voll Chi Dreht bei Full Moon. Ah. Den so hot. Ok. Ja. So. Unser Hauptprotagonist Tommy. Sein dicker Kumpel dessen Namen ich nicht gescheckt habe. Und der Quotenschwarze Frederic. Zweiten Name. Sonst was. Er hat einen... Achso. Einen Schwarze? Einen zweiten Vornamen. Einen zweiten Vornamen. Legen sich mit der örtlichen Bulli-Gang an. Die unterstellt es dem örtlichen Gangsterboss Big Moe. Moe. Ich hab hier Moe. Big Moe. Big Gang. Wie kam er dir so vor? Ähm. Wie er gesprochen hat. So. Und jetzt. Ich hab das ex. Ich muss nämlich den ganzen Film über so zurückhalten. Weil ich die Live-Flexion sehen wollte. Was wäre, wenn ich dir sage, dass Big Moe von einer Schauspielerin gespielt wird? Mac Foster. Und das... Das ist eine Frau? Die Person, die... Ja. Okay. Mac Foster. Das hätte ich nicht gewusst. Tja. Ich dachte, das ist einfach nur eine Schwuchtel. Im Film-Canon ist sie ja auch ein Mann. Aber wird halt von einer Frau gespielt worden. Er kennt es aber auch nicht. Die gute Mac Foster. Kruselige Augen. Jeder, der Resort to Kill kennt. Äh. Ja, die kriegen auf ein viel Ärger damit. Und damit noch dazu ist Tommy in die Freundin von Winnie, dem Oberbully, verliebt. Und sie auch ein bisschen... Wo ich dir jetzt hier hingeschrieben habe, um Winnie das Weich rein. Ja, weil er gesagt hat, ja, lass gut sein, wir verprügeln die ein bisschen. Aber nachdem sich die Jungs da mit Big Moe anlegen und ein paar Wettscheine mitgehen lassen, wird Winnie und seine Gang dazu forciert, die drei Jungs zu töten. Ja, kleine Kinder werden erschossen. Hm. Und wie kommt es zu den Schrumpelplatten? Der örtliche Zeitungsmann, verkauft Comics, sehr sympathisch. Mr. Sumatra. Ich weiß nicht, inwieweit das korrekt ist. Ähm. Kommt auf jeden Fall nicht aus Indonesien. Der Haitianer hat da vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen und präpariert die Köpfe, nachdem er in die Leichenhalle eingebrochen ist und den drei Leichen die Köpfe abgesägt hat. Ähm. Mit seinem Magic-Voodoo-Zeug. Wieso macht er das? Hat er eine bestimmte Motivation? Welches Ziel? Mr. Sumatra war früher auf Haiti tatsächlich Polizist, ist jetzt sehr alt geworden, körperlich auch ein bisschen gebrechlicher, will aber mit Hilfe dieser Schrumpfköpfe in seiner Hood, sag ich jetzt mal, für Recht und Ordnung sagen Gerechtigkeit. Ja. Denn Winnie und seine Gang sind inzwischen mit der Gunz von Big Mo ziemlich weit hoch gestiegen und machen jetzt Schutzgeld. Und die Schrumpfköpfe, inwieweit können die Schrumpfköpfe verbrechen? Ohohoho. Dank Mr. Sumatra's Magic-Voodoo können sie fliegen oder schweben eher. Laserstrahlen aus den Augen. Einer hat Laserstrahlen, der andere hat ein Vampirgebiss, auch wenn der auf ein Cover komischerweise mit Feuerspucken dargestellt wird. Kommt gar nicht vor in dem Film. Und das Beste, der Schwarze, der hat ein Messer in seinem Mund, weil er hat nicht so ein schwimmender Kopf, er hat ein Messer dabei. Oh mein Gott, er hat ein Messer dabei. Okay, und wie soll das funktionieren? Also er lässt sie, wenn Verbrechen geschieht, lässt er die Schrumpfköpfe immer losfliegen und die klären die Sache oder was? Ja. Das ist der Film? Gibt's da einen großen Bösewicht? Big Mo und Winnie. Die Schrumpfköpfe wollen ja gleichzeitig Rache an ihren Mördern haben, Mörder, Peiniger etc. Tommy, als schwebender Kopf, versucht noch bei seiner alten Flamme wiederzulanden. Was gelingt in einer sehr verstörenden Szene, in der der fliegende Kopf unter ihr Topf schwebt und wahrscheinlich kurz Puff Puff macht. Trunken Heads. Ich habe mir leider sehr, sehr viel, sehr was anderes darunter vorgestellt. Die Effekte sind in Ordnung. In Ordnung? Also die fliegenden Köpfe sind einfach nur Overlade. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Es ist halt voll gut, man merkt es. Man sieht aber auch, dass sie mehr Budget hatten als bei Evil Toons. Sie konnten sich draußen Aufnahmen leisten. Es sieht nach mehr Gewollt, aber viel zu wenig aus. Das ist das Problem im Gegensatz zu Evil Toons, der so eine selbstironische Attitüde hatte. Warum beginnen solche Filme eigentlich immer? Damit, dass ein paar Hölbsche Mädchen in den Keller gehen. Im Gegensatz zu Evil Toons ist der Boob Counter null. Was aber daran liegt, dass die drei Jungs so minderjährig sind und die Hauptdarstellerin laut dem Film auch minderjährig ist. Komm schon, du bist doch schon fast 16. Booton Winnie, das stand nicht von mir. Keine Boobies. Dafür Mr. Sumatra. Diese Augen, unglaublich overacting-mäßig. Ich bin ein großer Fan. Er kann super böse gucken, auf jeden Fall. Das war darstellerisch leider schon. Winnie sieht ein bisschen aus wie ein verweichlichter John Travolta aus Grease. Ja, ich sage es ein verweichlichter John Travolta aus Grease. Es ist ja nicht so, dass Danny da der krasse Ober... Für die Frisur hat es nicht gereicht, oder was? So andeutig. Die Frisur war in Ordnung. Das ist aber richtig schön zu machen, ich hätte auch gern so eine. Oh ne Scheiß. Das Einhorn aus Klamerkesie Girls. Reggie. Das ist... Das ist... Die Frisur war aber nicht echt, das hilft nicht. Das war ein Sprungbrett. Stell dich vor das Becken im Schwimmbad. Dann kannst du drauf runterspringen. Ne, leider war es shrunken jetzt. Nachdem ich so lange darauf gewartet hatte, ihn zu sehen. Unheimlich enttäuschend. So schlimm, dass ich im Finale, das Finale habe ich so halb nebenbei mitbekommen. Ich bin immer wieder kurz weggenickt. Es war wohl eine Autoverfolgungstag, die unglaublich langweilig war. Aber... Ja, das war mit dir ein bisschen wenig. Aber... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was hat der Film so wahrscheinlich... Was denkst du? 20.000? Na mehr. Mehr. Sehr viel mehr. Okay. 100.000? Mehr. Ja. Eine Viertel. Eine Viertel. Eine Viertel Mille? Mehr. Glaube ich. Glaube ich schon. 250.000 gebe ich maximal. Schrumpelköpfe. Ähm... Bin ich weiter drüber. Aber noch unter einer Million. Davon könnte man irgendwann eine Lübeck machen. Schrumpelköpfe? Von Schrumpfköpfen. Fliegelstrumpfköpfe. Vielleicht mit ein bisschen... Hast du schon eine Idee? Können wir in Video schreiben? Also ich will eine Art... Also ohne Scheiß. Das, was wir geboten gekriegt haben. Das klingt mir auch sehr leid. Du kennst gar keine Mädchen. Hör doch auf. Stimmt ja. Das ist ja auch noch weit berührende Rollen. Aber... Ich kenne auf dich. Ich kenne keine 50-jährigen Schwarzen. Aber vielleicht kannst du da aushelfen. Ja. Dem nicht. Keiner von uns kennt Mac Foster. Bei Movie Islands. Drunkenheads. Also ich würde mir vom Drunkenhead Remake tatsächlich einen R-Rated wünschen. Mit... Wenn die Laserschreien schießen sie platzenden Köpfen. Und... Ja wir haben ja... Diesmal mit Volljährigen. Und dann sieht man nämlich was er unter dem Top tut. Wir haben ja gerade so einen komischen Asiaten gesehen. Über den wir gleich auch noch reden werden vielleicht. Weil... Mal sehen, mal sehen. Der ist noch so frisch. Ob die Zeit noch reicht? Ähm... Zweiter Take. Zweiter Take. Äh... Der hat auch ein bisschen was von den Goonies. Allein weil die Darsteller so jung sind. Ja. Aber das wechselst du wieder mit Monsterbusters. Das ist wie die Goonies. Das ist wirklich wie die Goonie. Das war übrigens der Vor-Trailer. Ja stimmt. Vor... Der... Ähm... War das eine... Ähm... Offizielle DVD? Ja. Eine offizielle V. Also... Da haben sie einen Trailer davor geschaltet mit... Äh... Äh... Monster Squad. Genau. The Monsterbusters. Monster Squad. Monster Squad. Ja genau. Die Goonies mit Horrorfilm-Legenden. Ganz launig. Auch ein sehr schöner Film. Ganz launig. Ich habe ihr nie zu Ende geschafft. Irgendwann könnten wir so... So... Teenie Horror... Weißt du was das Schlimme ist? Ich habe nie die Goonies gesehen. Ich auch. Ich kenne immer nur die Anspielungen in den ganzen Europarischen Serien. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich kenne die Anspielungen auch. Aber ich habe auch nie die Goonies gesehen. Oh, ich lieb Schwarzschau. Was? So. Ich kenne nur diesen Schwappeldance. Aus Family Guy. Wenn wir unten in der Kanalisation sind. Mach den Tanz. Ich will aber nicht. Na los. Wir haben unser ganzes Wissen von den Goonies. Nur durch die Querverweise aus Family Guy und anderen parodistischen Sendungen. Ja, die Goonies. Das wäre vielleicht mal eine Herausforderung. Das ist das Problem. Andere Leute verbinden damit Kindheitserinnerungen. Das ist ja der gleiche Grund, warum ich der Weiße Hai langweilig finde. Und Indiana Jones nicht mag. Ich habe immer eigentlich halt andere Sachen gesehen. Ich liebe Police Academy. Das war so im ähnlichen Wasserschwend. Das war zum Beispiel für mich. Das ist dann bei Wien. Das ist wirklich sehr feierig. Ja, mag ich nicht. Das ist langweilig. Das ist auch ein Jugendabenteuerfilm. Aber dafür bin ich als Kind verstört von der S gewesen. Ja, das stimmt doch. Obwohl das ein ganz, ganz billiges V-Zeithaler war. Egal. Tim Carrey. Enough said. Ja. Schwankenheads. Es wird wohl kein Remake dazu kommen. Dazu ist der Film sehr viel zu unbekannt. Und dann hat schon mal jemand in ein anderes Studio Film und Remake. Der Engwarbrotmann. Würde der schon mal gesehen? Nein. Das ist ja praktisch das berühmteste von denen. Perfect Master. Ja. Ah, scheiße. Perfect Master. Die wunderbare, ganziose Trends-Reihe. Keine Ahnung. Mit Tim Thomason. Keine Ahnung. Tim Thomason! Wie kannst du das nicht wissen? Echt mal. Nein. Schande auf mein Haupt. Die Trends-Reihe würdest du vermutlich, sage ich jetzt mal sogar auf Netzkino finden. Da ist ja jeder Trash. Das ist praktisch. Das was im Supermarkt die Grabbelkiste ist, wobei die 3, 2 Euro DVDs drin sind. Das ist Netzkino. Ich hab mein Netzkino. Memories of Matsuko. Das ist aber auch sehr gut. Ich weiß. Cutie Honey. Man kann ihn als gut empfinden. Er ist qualitativ nicht gut, aber er ist sehr unterhalts. Es ist ja schon mal aufgefallen, dass der Klingelton von Honey Kusanagi der Ruf von King Ghidorah aus den Godzilla Filmen ist. Nein. Nein. Aber das kannst nur du wissen, dass Godzilla ist. Timo hätt's wahrscheinlich auch bemerkt. Aber ich weiß nicht, ob der Cutie Honey schon mal gesehen hat. Timo Rose. Du bist schwul. Du hast noch nie Cutie Honey gesehen. Okay. In mir ist die Relation nicht ganz bewusst, aber vielleicht was mit mir. Was? Cutie Honey. Sehr bunter Anime. Ja. Ich hab ihn ein paar Mal gesehen. Cutie Honey. Nein. Cutie Honey. Sie liegt nackt in der Badewanne in der ersten Einstellung. Das ist der Film. Ich spreche aber von einem Zeichendreckfilm. Hast du nie gesehen? Die Serie. Nie gesehen. Ich hab auch noch ein paar Folgen gesehen. Für die Honey ist halt so ein ultimative Figur Moven. Wenn es einem schlecht geht, dass das Ding so... Oh, ich hab Hunger und dann gehen die Batterien leer. Es ist wie eine überlange Power Rangers Folge. Ich muss essen, ich muss essen, sonst wär's die Batterien leer. Weißt du? Dann läuft's dir noch schön hier. Reilig? So, egal. Schwankenherz. Mäh. Zum Glück hab ich nur 3 Euro dafür bezahlt. Und das war fast schon ne Spärtskanz. Ach nicht. Auch 3 Hamburger bekommen können. Die nicht schmecken. Weil die nur 1 Euro kosten. Weil da keine Soße drauf ist. Aber es wäre trotzdem von der Qualität wahrscheinlich besser gewesen. Ich hätte den Nährwert eines ganzen Tages damit denken können. Stattdessen hab ich jetzt schon wieder weniger Platz im DVD Regal. 2 Pappscheiben, bisschen Gammelfleisch. Das 3 mal ist ungefähr Shrunken Heads von Full Moon. Leider ja. Ich bin so unglaublich enttäuscht. Und noch viel schlimmer, weil wir davon wirklich guten Filme gesehen haben mit Die Geisterstadt der Zombies. Mit dem ich jetzt die ganze Zeit verwechsel, weil wir ihn praktisch nacheinander geguckt haben. Wir haben auch sehr viele Schnittpunkte natürlich. Okay. Okay. Okay.